So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Heute ist Donnerstag, Star Wars Tag. Bauen deinen R2D zu, aber es liegt nur ein Magazin hier. Hier liegt kein zweites. Stammzuschauer wissen das. Es fehlt die 78. Die fehlt immer noch. 78, jetzt haben wir 82. Sind vier Wochen. Ich habe hingeschrieben. Ich bekomme keine Antwort. Per E-Mail, ich bekomme einfach nichts. Mein Zeitschriftentieder, der richtet sich auch schon auf an den Lieferanten. Der Lieferanten kann nichts dazu sagen, was da los ist. Er kann nur Antwort geben. Es gab einen Produktionsfehler oder sonst was. Es wird nachgereicht. Es geht nicht. Es fehlt ein komplettes Magazin mit mehreren Bauteilen. Ich gucke mir das noch eine Woche an, bis 83. Ich schreibe nachher nochmal eine E-Mail dahin, dass ich jetzt immer noch, nach drei Wochen, keine Antwort bekommen habe. Ich bin so langsam richtig sauer, weil das ist ja auch nicht billig. Aber dann, wenn man nochmal eine Antwort kriegt. Das war wie am Anfang mit die Teile austauschen. Man hat so lange gewartet, bis die überhaupt reagiert haben. Hallo, wir sind die, wir kaufen das. Wir geben dafür Geld aus. Dann möchten wir auch eine Antwort haben. Aber nichtsdestotrotz ist heute Ausgabe 82, die brandneue und aktuelle. Aber wie gesagt, es schauen ja ein paar Leute zu, diese Videos. Deswegen hoffe ich mal, die, die 78 haben. Oder die, die mitbauen. Habt ihr die 78? Wenn ja, was seid ihr? Abonnenten oder Spontankäufer, so wie ich? Seid bitte ehrlich und schreibt es mir in die Kommentare, weil das geht so langsam nicht mehr. Bauteile, Tütchen, sehr viel drin. Und das Wichtigste ist ja, hoffentlich kann ich das alles verbauen. Weil, wie gesagt, die 78 fehlt. Aber jetzt blättern wir erstmal natürlich drin herum. Ist ja immer cool. Ist auch sehr viel Klo, wo ich letzte Zeit... Oh! Oh! Sehr viele Bauteile. Weil auf Seite 8 fängt die Bauteiltütchen an. Und dann geht's los. 9 10 Hallo, das ist sehr viel zu bauen. Platine weiter aufstocken. Das, das, das... Da ist sehr viel Baum. Oh! Das ist natürlich interessant. Ist mega cool, dass so viel drin ist. Und hoffentlich kann ich alles verbauen. Und das schaue ich mir natürlich jetzt an und euch zu zeigen. 1, 2, 3, paar Tütchen Schrauben, noch mehr Schrauben und dann haben wir hier die ganzen Teile. So, jetzt gucke ich erstmal, was wir brauchen. Wir brauchen dieses Teil. Jetzt brauche ich ein Teil. Ah, das ist da drin. Also kann ich das auspacken. Weil, wie gesagt, wenn ich plötzlich was sehe, was ich nicht verbauen kann, dann ist Schluss. Und wie gesagt, ich weiß nicht genau, was in 78 alles drin gewesen ist. Na, dieses Teil. So, dann brauche ich zwei lange Schrauben. Die eine ist diese hier. Und der Klappen-Fennismus ist dieser hier. So, ich mache jetzt mal eiskalte Schrauben hier auf. Ja. Heißsetzen. So, 1, 2, 3, 4 Schrauben. Dann kommt dieses Teil. So wird es gehalten. Dort. Und dann kommt eine lange Schraube dort durch. Und dann kommt eine lange Schraube dort durch. Dann wird sie festgeschraubt. So, festgeschraubt. Und es ist immer noch beweglich. So, dann geht es weiter. Jetzt brauche ich ein. Ah, dieses Teil. Das kommt jetzt. Da geht es nach oben hin. Hier unten. Seht ihr eine Öffnung. Dann wird das jetzt so da rein. So rum da rein. Aha. Dann kommt von unten. Mal eben schauen. Von unten eine kleine Schraube. Mit. Das werde ich wohl noch. Hier drin haben. Ich hoffe. Hier ist das jetzt. Im Zesten. Oder eine Schraube. Ich müsste mal gucken. Oder eine. Schmalere. Ja, mich ärgert das wirklich dermaßen. Das achten sind keine Antwort. Dann können die doch wenigstens antworten, finde ich. Hups. Hups. Jetzt vor die Kamera. Wird das jetzt wahrscheinlich nichts. Weil die Schraubenzieher. Weil die Schraubenzieher sind jetzt schon ausgenodelt. Nein. Muss ich mir doch andere holen. okay die ist es eben hier seht darunter so passt es ihr seht jetzt selber bin ich ein bisschen aus dem konzept die schraubenzieher die passen nicht ich glaube ich werde das video unterbrechen alles zusammen bauen weil ich zusammen bauen kann und euch ist eben dann präsentieren aber seht ihr und das ist dann sollte das so sein gucken schrauben da stimmt doch was nicht so der schließt nicht vernünftig aber wie gesagt ich baue es jetzt alles zusammen und melde mich gleich noch mal wieder deswegen sage ich mal wie es gleich so gut dass ich das video unterbrochen habe weil es hätte viel zu lange gedauert weil wie gesagt in diese stücken hier die klappen dreine machen ist mir immer wieder eine schraube runter gefallen es klappt hier oben der kleine passt auch wunderbar ihr seht es hier ist jetzt ein bisschen weiter geht es nicht da ist eine sperre drin aber man kann reingucken es sieht mega cool aus passt auch optisch wunderbar dann diese gitter in diesem blauen rahmen fest schrauben dann dieses längliche zwei lampen rein festschrauben ihr seht das dann sieht es so aus es hat was es hat wirklich was ich muss mal gucken ja noch mal überprüfen es passt alles dann wird dieses ganze teil jetzt hier vorne rein kabel durch kabel durch einsetzen seht ihr das ist an die front die sieht schon cool aus muss ich erst lassen dann werde ich natürlich jetzt nicht ich könnte es jetzt an der ganzen elektronik anschließen aber diese kleinen teile immer wieder abzuziehen das ist nervig nervig weniger aber ich habe angst dass ich was kaputt mache weil wie gesagt ich brauche jetzt hier nur noch die vier schrauben rein dass dieses ganze stück fest ist dann sieht es so aus seht ihr und dann geht es weiter nein also das ist das die komplette wand die bis jetzt fertig ist hier vorne kommen diese zwei arme raus wo der stromschlag durchgeht aber ihr seht die klappen sie funktionieren die beleuchtung die wird funktionieren hoffe ich mal dann die ganze elektronik jetzt anzuschließen um zu testen mache ich nicht weil wirklich diese kleinen pins immer von dieser elektronik platten runter mache ich nicht gerne aber ich hoffe ihr habt verständnis so und dann alle da draußen die das video gesehen haben die mitbasteln habt ihr die 78 und wie gesagt schreibt mir dann in den kommentaren haupt ihr abonnenten seid oder spontan käufer so wie ich ist wirklich wichtig weil mich ärgert das dass ich immer noch nicht die 78 habe aber nichts zu trotz 82 ging zusammenzubauen ich schaue mir jetzt das nächste mal an was eigentlich in der 78 drin war ich hoffe ihr seid komplett fertig ich werde irgendwas witziges von r2 d2 unter das video verlinken sicher bequem und günstig auf jeden fall aber nichts zu trotz ist das aller wichtigste natürlich bleibt gesund ihr und eurer familien und dann wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu